Hallo liebe Bewohner, es ist Samstag, der 4. April 2020, 16.09 Uhr, hier auf Akairo. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass du, dass unseren Gast selbst sehen kannst, was Akairo so besonders macht. Und damit mache ich mich wieder dran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und damit hello and welcome back zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizons. Wir haben, wie ihr gerade gehört habt, wieder einen neuen Gast. Was war das? Gut, und dann gehen wir einfach am besten mal gucken. Ja, jetzt kann Karloa endlich auch rüber. Das ist ein Wunderbärchen. So, ich hoffe, wir bekommen einen coolen Gast. Du bist ja immer noch da. Ich will dich nicht hier auf der Insel haben. Ich gehe wieder. Bye. I'm sorry, aber ich will ihn nicht auf der Insel. Ich will coole Bewohner auf der Insel haben. Ja, vielleicht ist der auf seine eigene Art und Weise cool, aber ich will ihn nicht auf meiner Insel haben. I'm sorry. So. Ähm. Hat sich hier so irgendetwas getan? Nein, da gießen wir einfach nochmal. Vielleicht vermehren sich ja irgendwann mal die Blumen bei mir. Ich könnte eigentlich auch mal mal einen Geldbaum, ähm. Ernstens? Aber, der ist für schwierige Zeiten, wenn ich mal gar kein Geld mehr habe. Ja. Mal gucken. Wir müssen noch unsere Bonusmeilen abholen heute. Was sind unsere Aufgaben für heute? Löse ein Nug-Meilen ein. Und löse Nug-Meilen ein. Oh, Fünffach-Bonus. Es geht ja im Gleichen. Wir holen... Tina! Hi! Guten Tag, Miri. Danke fürs Vorbeischauen. Und wie kann ich dir heute dienen? Zeig mir dein Angebot. Aber natürlich. Schau dir ganz in Ruhe an, ob dir was davon gefällt. Eine Brille. Ein Trägerkleid. Okay. Ist gekauft. Die Sofa-Hose. Ja. Können wir auch mal mitnehmen. Ich weiß zwar nicht wann. Und ob wir die jemals anziehen. Vielleicht geben wir irgendeinem Bewohner die. Die Brille kann auch nicht schaden. Passt zu meinem We-Life-Style. Ich trage auch eine Brille. Nur nicht die. Aber... Also wenn ich schon die Sofa-Hosen habe, brauchen wir ja noch ein paar Bade-Latschen. Also... So, Tina. Ich hoffe... Äh... Nein, danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Mal gucken. Ein Karton. Und ein Karton. Willkommen beim Nook-Portal. So. Nook-Meilen einlösen. Was können wir so einkaufen heute? Ein Gitterzaun. Ein Weidezaun. Ein Gedenkstein. Das Steinbogen wäre auch episch. So. Das tue ich jetzt. Ich will den jetzt unbedingt haben. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Ein Freiluftbad. Ja. Ich will das unbedingt haben. Ich will das unbedingt haben. Okay. Den Steinbogen. 2000. Da haben wir gerade noch 2000 übrig, damit wir auf eine Insel gehen können. Ja. Sorry Leute, dass gestern nur eine Folge Animal Crossing New Horizons kam. Aber ich konnte... Ähm... Nicht mehr. Ich wäre gestern so unglaublich müde... Dass ich nach dieser einen Animal Crossing Folge direkt ins Bett bin. Ich habe zwar eine Pokémon Folge noch aufgenommen, aber die kam erst heute, wie ihr gesehen habt. Und ähm... Ja. Ja. I'm sorry, tut mir mega leid, aber... Dafür kommen heute wieder... Ja, meine Meilen habe ich auch eingelöst, wie das Spiel von mir wollte, damit ich noch mehr Meilen bekomme. Haha. Wenn wir eh schon basteln Sachen müssen, können wir uns gerade noch unsere neuen Anleitungen ansehen. Ich weiß zwar nicht, wo ich das Freiluftbad hinstelle, oder geschweigen den Steinbogen, äh Bogen. Aber was man hat, hat man. Haha. Und Kraut. Na, geht's gleich auch in den Nacht-Eulen-Modus, wie ich? Maki, Maki. Wieso? Es ist erst... 16.17 Uhr. Also ich weiß nicht, was du hast. Uta. Lass quatschen. Geht gleich... Geht erst... Äh, geht... Gleich geht's erst richtig los. Das kann ich doch nichts für, dass die Sonne einen Rückzieher macht. Maki, Maki. Da kann ich doch nichts für, dass die Sonne einen Rückzieher macht. Ja, da weiß ich auch. Was bräuchte ich denn für das Freiluftbad? Eine Schaufel? Neunzig Stein! Ja, klar! Okay, mittlerweile weiß ich nicht mehr, wo ich das Zeug hinstellen soll. Vielleicht hier so? Oh, und die kommt auch nochmal Hallo sagen. Wir müssen gucken, wo wir das hinstellen. Moment, wo stelle ich das hin, ich weiß es nicht. Ah, ich weiß nicht, wo ich das hinstellen soll. Ich weiß nicht, wo ich das sonst hinstellen soll, aber hier sieht doch gut aus oder nicht. Wie läuft es denn so bei dir, Beutel? Ich muss mir unbedingt noch etwas für das Abendessen einfallen lassen, Beutel. Tun Sie dies. Ist auf Nahrungssuche? Okay. Da, Hubert! Hubert! Hoffentlich beißt bald was an. In meinem Büchlein ist doch jede Menge Platz zum... Rumschwimmen. Ach Hubert! Du bist so süß! So, ich muss noch ein bisschen Geld ausgeben, da können wir... ... ... Nice! Auch nicht schlecht. Mega geil! Das will ich unbedingt haben! Gib mir das! Den Buchsack kann ich Pinky schenken, der ist ja immer so auf Trainingseinheit und so. Und dann noch das hier. Ja. So. Am besten geben wir das gleich Pinky, wenn er zu Hause ist. Danach gehe ich... Jetzt war ich bei Nepp und Schlepp und habe meine Schaufel vergessen mitzunehmen. Weil ich immer keine mehr habe. Ich brauche eine neue. Ich glaube, das mit dem Freiluftpark muss ich nochmal umändern. Das gefällt mir dort nicht, aber... Wir lassen es jetzt trotzdem mal da stehen. Dort da hinten, wo ich es vorgehabt habe, wäre es schon schön. Aber wir müssen gucken. Noch kurz die Haafel upgraden, nachher können wir alles ins Lager packen. So. Alles ins Haus. Alles ins Haus. Huch. Huch. Ins Lager. Ins Lager. Das auch ins Lager. da kann da bleiben wie sieht die aus ne so die lampen haben wir gestern noch aufgestellt ich finde ich super also die gefallen mir dort wo sie sind so hallo Bodo ich möchte fliegen ich möchte das Meilen Ticket nutzen wenn es geht auf geht's auf geht's ich trinke mal kurz was ist das ok jetzt habe ich 2.000 Meilen ausgegeben und ist jetzt niemand da kacke ok aber wir können Fische angeln wir können holz und so mitnehmen holz und so mitnehmen Mensch Fischi komm doch hallo ich zähle auf dieser Richtung ich will keine Eier mehr man was ist das was ist das das ist das wie das ist das Mein Hasel. Haslein Hupf. Wenn ihr irgendetwas tapseln hört, ist es mein Hund. Meine Flunzer. Meine Flunzer, oh nein. Ich will keine Flunzer mehr. Eine Barsch will ich auch nicht mehr haben. Ich will neue Fischis. Und ich will keine Eier, Mann. Die Eier könnten auch ein bisschen weniger häufig in den Fischen drin sein. Das finde ich. Das finde ich. Oh, da findet ihr das nicht ein bisschen nervig. Oh nein, hier sind auch noch Eier drin. Ach. Ich will nicht immer nur Eier drin haben. Ich meine, dass hier auch nicht nur Eier drin ist. Das finde ich voll okay. Bei den Fischen hätten sie echt ein bisschen weniger Eier ins Wasser tun können. Und ein bisschen mehr die alten Fische lassen, finde ich. Da bin ich die Einzige, die das nervig findet. Oh, das ist die Idee für eine Bastelanleitung. Ja. 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 Noch mehr verschiedene Eier-Outfits. Ja. 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 Das war die Eier-Outfits. Ja. So, kann ich noch ein paar Bäume schütteln, ein Unkraut sammeln. Oh, da hinten habe ich ein Eisen jetzt vergessen. Hoch, wie konnte denn das passieren? So. So, Unkraut mitnehmen. Ich meine, Unkraut kann man für gutes Geld verkaufen. So, ein bisschen rütteln und schütteln. So, die Honigdien. Ein bisschen makaber, ne? Jetzt alle Bäume abzureißen. Ein Flecht, Benni. Auch nicht schlecht. So. Ich weiß, es ist ein bisschen unspannend, aber... Aber ich könnte einfach sagen, dass die Folge hiermit beendet ist. Ich werde hier noch ein bisschen weiter farmen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Animal Crossing New Horizons wieder. Moment. Wir machen wie das wieder gewohnt. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Animal Crossing New Horizons wieder. Oder bei einem anderen Projekt. Und ja. Bye! Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge.